Was ist los? Es freut mich wieder, dass der Aschermittwoch 2018 wieder super funktioniert hat. Wir haben auch wieder einen Livestream gehabt. Die Halle war proppevoll bis auf den letzten Platz. Man sieht, die AfD zieht, die AfD wirkt. Und wenn wir so weiterkämpfen, wie wir bis jetzt gekämpft haben, dann werden wir auch die Landtagswahl rocken. Und wie man sieht, auch die FPÖ steht auf unserer Seite, wird uns im Wahlkampf unterstützen. Wir haben mit Harald Wilimski einen sehr bekannten Redner aus der FPÖ gehabt. Wir haben mit Malten, unserem Bundesvorsitzenden, da gehabt. Und auch Martin Sichert, unser neu gewählter Landesvorsitzender, ist der Aufgabe gewachsen, für unseren politischen Aschermittwoch eine Rede zu halten. Ich freue mich schon auf 19, dann wird es noch besser. Danke, bis zum nächsten Jahr.